Die besten Rollcontainer mit Schubladen, eine Präsentation zweiter Rollcontainer mit Schubladen, die Top 5 dritter die besten Rollcontainer mit Schubladen, eine Übersicht vierter die besten Rollcontainer mit Schubladen, ein Ranking fünfter die besten Rollcontainer mit Schubladen, ein Vergleich. Ich habe mir den Songmix Rollcontainer, Unter Schreibtisch, Aktenschrank mit Schubladen, Büroschrank mit Rollen, für Akten und Dokumente, mit Hängeregistratur, fürs Büro, Arbeitszimmer, aus Stahl, weiß OFC010W01 gekauft. Ich bin sehr zufrieden mit dem Produkt. Der Schrank ist sehr stabil und die Schubladen sind leicht zu öffnen und zu schließen. Auch die Rollen machen es einfach, den Schrank zu bewegen. Ich finde es auch toll, dass es eine Hängeregistratur gibt, um meine Dokumente ordentlich zu verstauen. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meinem Kauf und kann den Songmix Rollcontainer nur empfehlen. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Interlink Bürokommode mit sechs Schubladen auf Rollen. Die Farbe ist weiß und die Abmessungen sind 36 x 65 x 40 cm. Sie ist sehr stabil und robust und passt perfekt in mein Büro. Es ist einfach zu montieren und die Rollen machen es leicht zu bewegen. Es hat viel Platz für meine Bürobedarf und alles ist gut organisiert. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ich habe mir den Roto Country Rollcontainer mit drei Schubladen in RetinOptik gekauft und bin sehr zufrieden. Der Kunststoff ist BPA-frei und die Farbe ist Anthrazit. Er ist sehr stabil und hat ein großes Fassungsvermögen von 3 x A4-18 Liter. Die Maße sind 37,5 x 32,5 x 71,2 cm. Der Rollcontainer ist sehr praktisch und passt perfekt in meine Küche. Er ist auch sehr leicht zu montieren und zu reinigen. Ich kann ihn wirklich empfehlen. Ich bin sehr zufrieden mit meiner neuen Interlink-Kommode mit Rollen. Die vier Schubladen sind sehr geräumig und bieten viel Platz für meine Unterlagen. Die Größe, 40 x 36 x 65 cm, ist ideal für mein Büro und die weiße Farbe passt perfekt zu meiner Einrichtung. Die Rollen sind eine tolle Ergänzung, da ich die Kommode leicht verschieben kann, wenn ich mehr Platz benötige. Ich kann dieses Produkt nur empfehlen und bin sehr zufrieden mit meiner Kaufentscheidung. Ich habe den Zaubei FBT105W Druckertisch mit zwei Schubladen und eine Tür-Aktenschrank-Rollcontainer-Bürowagen-Beistellwagen-Bürocontainer-Weiß-BH-TCA 60 x 70 x 35 cm gekauft und bin sehr zufrieden damit. Er ist sehr stabil und bietet viel Platz für meinen Drucker. Die Schubladen sind sehr praktisch und ich kann meine Unterlagen und andere Bürobedarf in ihnen aufbewahren. Ich bin sehr zufrieden mit der Qualität und dem Design des Produkts. Es ist ein sehr nützliches Produkt und ich kann es jedem empfehlen. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.